Hallo, 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 ich bin mein Name Fredo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Emergency 4 Mods. Wir sind wieder mal zurück in Hammerstadt und müssen das Dach aufmachen. So, wir haben hier schon direkt ein kleines Feuerchen in Darung, eine Bank. Eine Bank wurde durch ein explodiertes Handy oder so in Brand gesetzt, auf jeden Fall technischer Defekt, weiß nicht wie eine Bank, vielleicht ist es eine gute Bank. So, was bist du, was kannst du? Machen wir Gruppenführer auf dem, du machst AGT auf dem, du machst AGT auf dem, du machst Feuerwehrmann auf dem, du machst AGT auf dem, du machst AGT auf dem, du machst Feuerwehrmann auf dem, du machst mal kurz das Tor auf, du machst AGT auf dem, ich weiß gar nicht, passen da überhaupt alle rein, aber wir müssen ja theoretisch, ne? So, und du machst AGT auf dem. Viele, viele Atemschutzgeräteträger. Hallo, Atemschutzgeräteträger da. Achso, ja, ne, dann machst du Einsatzleiter auf D. Machen wir kurz das Tor auf. Obwohl. Nein, Hilfe. Ach, voll. Gut, da rein, da rein. Aber machen wir vorher noch kurz das Tor, äh, Türchen öff. So, machen wir ein bisschen Blaulicht an. Und dann geht's los. So ein Hörnchen. Geh aus dem Weg. Ach, da passen wir sechs rein. Also hätte ich den hier, ja, ich hätte den hier rein müssen. Dann hätten alle reingepasst. Egal, geht auch so. Tatü, tatü. So, absetzen. Bist du Atemschutzgeräteträger? Ja, bist du. Du kannst auch aussteigen. So, du ziehst dich gerade um, du holst mit dir mal einen Schlauch. Du holst mit dir mal einen Schlauch. Und du holst ja auch mal einen Schlauch. Du kuppelst an den an. Du, an den. Hallo? Achso, du, äh. Hallo? Starte mal deine Pumpe. Wie geht das? Du kuppelst an den an. So. Und da hin und holst du einen Verteiler. Verteiler setzen. So, brauche ich einen Maschinisten? Nö, ne? Ja. Ah, doch. Guck mal, sieht gleich viel schöner aus. Der hat sich einfach an... Das mittlere? Das mittlere Rohr, das ist gerade hier... Ist ein B-Rohr, ist ein Sonderrohr. Wow. So, Leute. Sorry, dass die letzte Woche wieder mal kein Video kam. Wird ja langsam zur Gewohnheit. André, du bist ein Arschloch. Weißt du das eigentlich? Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ähm, lag daran, meine Tastatur, die ihr im letzten Video vielleicht mitgekriegt habt, meine Tastatur war leicht defekt und ich... Das war nahezu unmöglich, damit aufzunehmen. Daher, jetzt habe ich eine neue Tastatur. Falls es euch interessiert, das Cherry MXBot 3.0. Ja. Erstmal. Und wenn man sich den Arm jucken und haut erst mal das Mikrofon um. Ja. Naja, halt zurück. Was kannst du alles? Ah, guck mal. Sehr schön. Minus. Minus. Aufheben. Minus. Minus. Sehr schön. So, kannst du die zurücklegen? Nö, ne? Gut. Kann ich hier einfach... Ich lasse die lieber aufsetzen, nachher fährt das... Aufsetzen. Aufsetzen. Nachher fährt das noch. Fahrzeug 2 hört. Auf den Weg. Ohne los. Fahrzeug 2 hört. Parken. Und parken. Sehr schön. Erster Einsatz erfolgreich abgeschlossen. Jetzt ist Google an meinem Handy angegangen. Wunderschön. Finde ich gut. Wieso auch nicht? So. Was haben wir denn hier alles? Ich muss erst mal gucken, was wir hier so alles haben. Abschleppauto. DRK SEG. MTV. Polizei. Kran. Streifenwagen. Haben wir noch irgendwas? Nö. Schon Kran. Fahrzeug 2 hört. So. Eins. Hopp. Fahrzeug 2 hört. Noch mal aussteigen lassen. Eins. Fahrzeug 31 hört. Oh, stopp. Leg mal ab. Und mach mal die Tore noch zu. Leg mal ab. Und mach mal das Tor noch zu. Ah, Hilfe. Fahrzeug 31 hört. Ach der. Nein. Oh, ich bin doof. Ich bin doof. Hab ich dir schon mal gesagt. Mach mal ein bisschen schneller, damit die hier schneller angelaufen kommen. Höre. Fahrzeug 31 hört. Ja, bravo. Es leckt. 11 FPS reicht. 11 FPS reicht vollkommen aus. Hauptquartier. Fahrzeug 31 hört. Hauptquartier. 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 So. Achtung. Ein Brandausbruch wurde gemeldet. Wahrscheinlich durch eine weggeworfene Zigarette ausgelöst. Löschen Sie die Brände. Da brennt ein Boothhäuschen. Boothhäuschen. So. Ähm. Dann einmal Feuer 1 bitte. Hätte ich auch gleich lassen können. Feuer wäre man auf dem da. Dann kannst du gleich das Tor aufmachen. Dann nehmen wir jetzt mal das LF mit und nicht das 1710. Keine Ahnung. Praktik nicht 1720. Machen wir das auf. Und der steht auch ein bisschen weit vorne hier. Tür auf. Du machst Gruppenführer auf dem. Du machst Feuerwehrmann auf dem. Du machst Feuerwehrmann auf dem. Du setzt dich da rein. Was kannst du? Du kannst Atemschutzgeräteträger auf dem. So. Kommen wir noch mehr Leute? Atemschutzgeräteträger auf dem. Mh. Feuerwehrmann auf dem. Ihr könnt schon mal das Auto vorfahren. Fahrzeug 4 hört. Und schon mal das in Partybeleuchtung anmachen. Ja. Da einsteigen. Da einsteigen. Mach doch mal schon mal Partybeleuchtung an. Danke. So. Was kannst du? Feuerwehrmann auf dem. Einsatzleiter auf dem müsste passen. Fahrzeug 4 hört. So. Und raus zum Einsatz. Auf dem Weg. Fahrzeug 4 hört. So. Du fährst mal nach hier bitte. Wien unterwegs. Tuti tatu tuti tatu 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 tatai. So Leute. Irgendwas wollt ihr noch erzählen? Irgendwas war doch. Äh. Ich hab's vergessen. Ist das schlimm? Stattdorf was? Ne ne? Äh. Äh. Ja. So. Tommy hat morgen Geburtstag. Genau. Da ist Tommy. Der Typ der hier auch noch beim Kanal mitwirkt. Der hat morgen Geburtstag. Es wird auch endlich 18. Der Typ. Fahrzeug 1 hört. Und absetzen. Was kannst du so Einsatzleiter? Gar nichts. Du kannst Tore öffnen. Da kommen sie. Drei Atemschutzgeräte kriegern so. Naja reicht. Reicht aus. Absetzen. Du. Schlauch. Du. PA. Du. Schlauch. Du kuppelst an den an. Brauch' ne Wasserversorgungsquelle. Da drüben. Du. Da so ungefähr hin. Du holst ja auch nen Schlauch. Auf dem Weg. Und verteil ersetzen. Ja. An den ran. So. Mal gucken ob der besser ist. Oder nicht. Mal sehen. Du machst auch direkt nach Schlauch. Was ist denn? Nö. Bin unterwegs. Und auch wieder das mittlere Rohr. Wahrscheinlich ist das so eingestellt oder so. Dass sie immer erst das nehmen. So. Bushaltestelle wird gelöscht. Was kannst du so? Ey. Du kannst Fahrzeuge umleiten. Ist ja cool. So. Hammerstadt hatten wir auch schon lange nicht mehr. Ne? Ich hab ja jetzt. Eben grad so spontan. Also gestern ist meine Testatur angekommen. Feuer gelöscht. Wollte ich gestern eigentlich gleich aufnehmen. Aber hab's nicht geschafft. Daher nehm ich jetzt auf. Und daher dass ich jetzt keine Zeit mehr hatte. Wir haben es jetzt 20.44 Uhr. Ähm. Mir noch ne neue Mod runterzuladen. Hab ich mir gedacht. Hammerstadt hast du installiert. Hammerstadt ist ne recht schöne Mod. Spielst du mal ne Runde Hammerstadt. Und das nächste Mal guck ich mich mal ein bisschen um. Was es so an neuen Mods gibt. Und dann. Mal sehen. So. Aufsitzen. So. Du auch aufsitzen. Und dann gucken wir mal was nächstes Mal gibt. Die Ella Hagen. Mod wollte ich ja noch mal machen. Wird's denn auch irgendwann mal geben. Wenn ich's denn gesthaft habe. Die irgendwann zu machen. Tam 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 tam. Was ist das hier? Achso. Und da. Was ist das? Wann ich sehen? Oh nö. So. Was kann man eigentlich noch alarmieren? Feuer 1. Feuer 2. Das ist ja ein Rüstwagen. Das ist ein Rüstwagen. Ist das das Halex? Ich weiß es nicht. Oh Leute. Ei. 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 So. Fahr rein da. Und dann hätte ich noch gerne einen der. Machen wir das Tor zu. Fahrzeug 1. Ja fahr ruhig vorwärts rein. Ist klar. Parken. So. Weil der hier steht mir ganz schön weit vorne. Muss ich sagen. Mal sehen. Ich fahr den gleich noch einmal raus. Und wieder rein. Und er steht schief. Ne doch nicht. Absetzen. So. Du steigst nur bitte. Machst einmal das Tor auf und steigst da ein. Du machst das Tor zu. Ja siehst du wohl. Achtung. Verkehrsunfall. Versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Leute. Verkehrsunfall. Auch die Fahrzeugtrags. Fahrzeug 2. Zack. Zack. Da rein. Geht los. Wir sind direkt noch an der Wache. Oh. Mit Baum. Auf dem Weg. Feuerwehr ist gleich raus. Ich verrag mich jetzt ob ich. Warte mal. Ich werde nochmal. TH1 nachalarmieren. Dann hätte ich gerne. Einen Notarzt. Einen Rettungswagen. Einen Streifenwagen. Sollte passen. Das gab es auch noch nie. Dass die freiwillige Feuerwehr zuerst vor Ort ist. Nein doch. Klar gab es das. Aber das ist ja städtisches Gebiet. Da ist das ungewöhnlich. So. Du positionierst dich da. Absetzen. Fahrzeug umgehalten. Du positionierst dich da. Absetzen. Habt ihr. Du. Mit Schnittschutz ausrüsten. Du. Holst du mal eine Schere. Okay. Wir müssen auf den Rüstwagen warten. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Aber naja. Zersägt den Baum bitte schon mal. So. Bist du denn Notarzt? Ja. Werdungsrucksack. Kannst du? Nee kannst du nicht. Aber stellst dich schon mal bereit. Hallo? Zerschneid den. Alles klar. Jetzt geht's. So. Du. Was gibt's? Feuerwehrmann auf dem. Du. Feuerwehrmann auf dem. Du. Föhre. Gruppenführer auf dem. So. Dann machst du direkt das auf. Ist natürlich doof, dass wir jetzt Zeitverlust haben dadurch, dass wir den Rüstwagen nicht direkt mitgenommen haben. Aber naja. Wir schaffen das auch so. Ja. Hoffe ich. Fahrzeug 6 hört. Na komm. Steck ein Gruppenführer. Schon unterwegs. Rüstwagen raus zum Einsatz. Und ich hab's nicht geschafft den umzuparken. Hör. Das ist eine Schlachtfolge hier. Glaubt du gar nicht. So. Du kannst dir schon mal eine Trage holen. Was ist das? Patient aus Fahrzeug holen. Geht nicht. Trage. Du holst den Rettungsrucksack. Und dann stellt ihr euch beide mal zum Notarzt in Bereitstellung. Und du kannst dir einen Besen holen. Besen? Gibt's sowas? Nö. Gut, denn nicht. Denn halt kein Besen. Ja. Tü. Tü. Fahrzeug 6 hört auf den Besen. So, absetzen. Schere klar machen. Wird gemacht. Bin unterwegs. Stimmt. Für so einen Einsatz könnte man eigentlich Feuer 1. Ja. Und TH 1 alarmieren. Dann hat man die beiden Fahrzeuge zusammen. Kann natürlich auch TH 2 alarmieren. Aber man will ja nicht immer übertreiben. Oh. Mein Handy hat gerade vibriert. Und sagt. Amazon muss geupdatet werden. Update mal Amazon. Geht's dem Ding. Geht's gut. So. Was gibt's? So gemacht. So. Dann kannst du mal herkommen hin. Und mal ein Abschleppauto holen. So. LF-Besatzung kann abrücken. Ähm. Du bleibst noch voraus. Ist eigentlich mein Gruppenführer. Fahrzeug 4 hört. Da ist einer drauf. Hallo. Fahrzeug 6 hört. Motor. Steht der noch hier? Ne. Ich hab meinen Gruppenführer verloren. Ach ne. Da steht er doch. Ich hab irgendwie gedacht, das ist einer von den, äh, von den Sanit- äh, von den Unfallsanitärtern hier. Oder was sind das noch? Keine Ahnung. Äh. Es werden bestimmt, äh, aufgrund von Versionen und so. Was? Zwei Patienten? Wo ist denn der zweite? Anzahl der Opfer, die sich im Einsatzgebiet befinden. Ist da noch einer? Kann ich den, kann ich da nochmal einen rausschneiden? Warte mal, ich teste mal. Wird umgehend durchgeführt. Ach, da hinten ist noch ein Auto. Ach du Kacke. Hab ich gar nicht gesehen. Ach du Kacke. Fahrzeug 31, hör. Guck mal. Deswegen ist er, kunden ist A und O. Warte, du, du hast nur Darmdrehen. Übernimmst den. So, und du, wo ist er hin? Ach da. Auf dem Weg. Du, übernimmst den. Ich bin in Arbeit. Gut, dass der Rüstwagen noch nicht abgerückt ist. Puh. Das war knapp. Jetzt im Ding geht's auch relativ gut. So, wir nehmen den jetzt schon mal mit. Genau, und dann direkt da rein. Fahrzeug 17, hör. Das war ein bisschen makaber, die DIN transportieren wir schon mal ab. Was gibt's? Auf dem Weg. Fahrzeug 21, hör, ja? Ja? Fahrzeug 33, hör, ja? Kannst direkt mal hingehen. Ich glaub, der ist ja schon so weit. Nö, noch nicht. Warten wir noch kurz. So, ab ins Krankenhaus, mit euch. Fahrzeug 33, hör, wenn du unterwegs bist. Fahrzeug 33, hör, Fahrzeug 33, hör. Ich find die Wegfindung von den Autos hier immer geil von der KI. Ist das KI? Automatische Intelligenz? Also, künstliche oder automatische? Ich weiß es gar nicht. Das KI, ne? Ja, 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 ihr werdet mich jetzt von so zuflamen. Das, 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 das. Wahrscheinlich ist das gar keine Intelligenz. Ja, so wie die manchmal fahren, ist das gar keine Intelligenz, genau. So, komm ich da ran? Jetzt. So. Komm mal weg. Brandausbruch durch fahrlässigen Umgang mit brennbarem Material. Löschen Sie alle Brände. Oh, schon wieder. Komm, du bist grad noch hier. Komm gar nicht raus, du wirklich. Zwei Einsätze gleichzeitig, ich glaub's ja wohl. Oh, ich bin voll gefordert, Mann. Nein, stopp, halt, warte, kurz. Da muss ich mich jetzt wieder dran gewöhnen, dass der nicht automatisch damit einsteigt. Hörer, wird umgekehrt durchgeführt. Fahrzeug 14, hört. Einsteigen. Fahrzeug 6, hört. Und parken. Fahrzeug 14, hört. Dann brauch ich noch, hätte ich noch gerne einen Abschleppauto. Ah, einen Abschleppauto. Anton, ich liebe deine Bauern, hab ich das schon mal gesagt. Voll cool und so. Fahrzeug 30, hört. Auf dem Weg. Oh, eine verletzte Person. Ja gut, dann gibt's noch einen Rettungswagen. Ja, was geht da auch so dicht? Ach. Ja, da fallen gleich noch mehr um. Habe ich noch einen ausgerüsteten PA-Träger dabei? Ich hoffe, weil der muss erst mal... Äh, du zur Menschenrettung vor. Jetzt erst mal die, die noch leben. Du rüstest dich mit Schlauch aus. Du rüstest dich mit Schlauch aus. Du rüstest dich... Du, du, du. Du rüstest dich mit PA aus. Du an den ran. Du, kurz an den. Na komm, hol den da doch mal weg. Komm, hol den da doch mal weg. Und... Weiteren Schlauch ankuppeln. Verteiler setzen. Dann machst du gleich den Maschinisten und du holst den Schlauch. So, jetzt hol die beiden da mal weg. Hallo, hier. Komm nicht an die ran. Naja. Guli, das ist nicht doof. Äh, das ist nicht gut. So rum. Nicht doof. Das ist überhaupt nicht doof, Leute. Wisst ihr das eigentlich? Sie ist überhaupt nicht doof. Und... So. Ablegen. Könnt ihr euch Rettungsrucksache beholen? Attach Schaumrauer. Ach so. Okay. Das kann der jetzt hier bestimmt theoretisch, ne? Hm. Genau. Feuer aus. Fahrzeug 18 hört. Ah. Ist schon weg. Gut, dann halt nicht. Fahrzeug 30 hört. Status 2. Äh, Status 1 meine ich. Nicht Status 2. Absetzen. Und... Rettungsrucksack. Rettungsrucksack. Minus. Ist in Arbeit. Aufnehmen. Minus. Minus. Nicht dahin gehen. Minus, habe ich gewarnt. Wird ausgewandert. Minus. Ist die immer so gut auf mich hören, finde ich toll. So. Alle mal aufsitzen. Gebäude brannt durch einen Kurzschluss an elektrischem Gerät. Löschen Sie alle Brände und versorgen Sie, wenn nötig, alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Ach was, da gibt es keine Opfer. Ich sage lieber nichts zu laut. So. Und abgeschmiert. Wow. Goodie, meine lieben Freunde. Denn war es das mit dieser Aufnahme. Ich liebe Hammerstadt. Es schmiert immer nach 20 Minuten, eine halbe Stunde. Schmiert es immer ab. Na gut. Denn, ja, war das die Folge für heute. Die lade ich auch direkt jetzt hoch. Also ich schneide sie jetzt noch schnell. Und lade sie auch direkt hoch. Also wenn ihr Glück habt, kommt die heute noch online. Wenn nicht. Oder soll die am Samstag kommen? Ach, ich weiß es nicht. Ne, ich lade direkt jetzt so hoch, dass ihr heute noch was habt. Oder morgen, zumindest am Freitag, was habt. Und dann nehme ich Samstag auf. Tagsüber. So, dass ihr Samstagsvideos habt. Ich hoffe, das wird was. Gut, bis dahin. Und ciao. Haut rein. Tschüss. 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 Tschüss.